dies ist ein neuer test mit dem ipad und zwar mit dem ipad was wollte ich da machen ein papier stellen aufzunehmen ich schreibe einfach wie gewohnt auf papier und nehme dies mit der ipad cam auf gleichzeitig spreche ich dazu ich hoffe damit bessere ergebnisse zu erhalten als mit den bisherigen versuchen papier steno mit not aufzunehmen